Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder Nils Gajowi. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, jeder taugt zu was und sei es nur als abschreckendes Beispiel. Ein solches habe ich heute wieder mal im Gepäck und ich will damit eine Frage verknüpfen, die mir immer wieder gestellt wird. Warum machst du dir eigentlich die Mühe, nach der Auswertung von unternehmerischen Kennzahlen auch noch eine ausführliche Unternehmensanalyse zu schreiben? Dazu muss ich vielleicht sagen, eine Unternehmensanalyse beginnt bei mir mit einem Kennzahlencheck. Ich habe eine Bewertungsmatrix von elf verschiedenen Merkmalen. Da geht es um fundamentale Unternehmensdaten, da geht es um Dividendendaten, da geht es um einen Punkt technische Analyse. Tja und dann, wenn ich hier diesen Quick Check durch habe, dann gibt es eine ausführliche Unternehmensanalyse und die kann dann gut und gerne auch mal 25 Seiten lang sein. Natürlich mit vielen bunten Bildern und viel, viel Text dabei und Tabellen, aber ist das wirklich notwendig? Nun, ein aktuelles Beispiel sagt mir Gewinnwachstum, Dividendenwachstum, Schuldensituation, Einkaufspreis, alles das ist natürlich wichtig und wenn diese Checks nicht durchgehen, dann würde ich ein Unternehmen auch nicht kaufen. Aber wir dürfen nie vergessen, wir kaufen ja keine Behörde. Wir kaufen ein lebendes Unternehmen und bestimmte Dinge lassen sich eben in Kennzahlen ganz schlecht darstellen. Dazu gehört eben beispielsweise die Wettbewerbssituation. Ich muss also jedes Unternehmen in eine Branche einordnen. Dazu gehört die Marktsituation als Ganzes. Ist das Unternehmen auf einem Markt unterwegs, der wächst oder ist es das führende Unternehmen für die Herstellung von Dampfmaschinen? Dann ist das ein Markt, der wahrscheinlich eher nicht wächst. Deswegen kann ich mich nicht auf so eine rein quantitative Analyse beschränken. Natürlich ist auch die quantitative und die qualitative Analyse immer noch keine Garantie, dass ein Unternehmenskauf nicht zu einem Fehlschlag werden kann. Und das abschreckende Beispiel, was ich heute präsentieren möchte, ist GameStop. Natürlich, jetzt kommen wieder einige und sagen, habe ich ja schon immer gewusst. Aber ich habe diese Firma 2016 gekauft, das ist inzwischen drei Jahre her und hatte eine kleine Position, die ich im Laufe der Jahre bis ins Jahr 2018 hinein auch immer wieder vergrößert und verbilligt habe. Der Aktienkurs kannte ja nur eine Richtung. Das unterbewertete und wirtschaftlich gesunde Unternehmen wurde immer ja attraktiver. Also ich habe dann alle Berichte gelesen, habe auch viel Vertrauen in dieses Unternehmen, in das Management investiert und gesagt, okay, die wissen, was sie da tun. Die wollen diesen Spiele- und Konsoleanbieter eben umprofilieren. Im Januar 2019, genau am vierten, ist mir dann der Geduldsfaden gerissen und ich habe das ganze Unternehmen bei 12,50 Dollar verkauft. Verblieben ist mir da ein Verlust von around about 25 Prozent. Wenn ich nur die Kurse betrachte, dann waren es sogar über 40 Prozent. Aber ich habe ja zwischenzeitlich auch Dividenden bekommen. Ich habe zwischenzeitlich schöne hohe Optionsprämien kassiert. Also ganz so schlimm war es nicht und es war auch keine lebensbedrohliche Positionsgröße, die mir da um die Ohren geflogen ist. Aber es war ein Unternehmen, wo man sagen kann, die Story könnte was werden und die Zahlen stimmen. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie es heute bei Finvis aussieht. Ja, wenn man einfach auf diesen Chart schaut, sieht man, noch immer ist das Unternehmen sehr günstig bewertet. Noch immer hat es kaum Schulden. Es notiert unter dem Buchwert. Es hat nur einen ganz kleinen Schönheitsfehler. Die Dividende wurde Anfang dieser Woche komplett gestrichen. War das absehbar? Es war absehbar. Denn wenn ein Einzelhandelsunternehmen vor dem Dividenden-Cut plötzlich mit 20 Prozent Dividendenrendite aufwartet und so hoch war die Dividendenrendite hier, dann muss man ganz klar sagen, das ist ein alarmierendes Zeichen. Das schreit nach einer Dividendenkürzung oder wie in diesem Falle nach einer Dividendenstreichung. Man kann sich auch die Fastgraphs angucken und sagen, ja, ein wunderschönes unterbewertetes Unternehmen. Da sehen wir noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von zwei. Na, viel günstiger geht es ja gar nicht. Aber was ich auch hier nicht sehe, das ist eben diese Einordnung in den Gesamtmarkt, in die Perspektiven des Marktes und alles, was sich eben in Zahlen nicht fassen lässt. Das Ganze ist keine Raketenwissenschaft. Und ich will ja auch nicht mit meinem Fehler prahlen. Ich gebe es ganz offen zu, es war nicht mein glücklichstes Investment. Aber wenn man Unternehmen keine Chance gibt, sich, ja, ich sag mal, auch wieder zu rehabilitieren, dann wird man wahrscheinlich immer nur die Unternehmen kaufen, die sowieso alle lieben und von denen alle sicher sind, dass es die in fünf oder in zehn oder in 20 Jahren immer noch geben wird, dann darf man auch nicht erwarten, dass man mal so einen schönen Turnaround-Kandidaten wirklich im Depot hat. Was habe ich aus dieser Lektion gelernt? Also das Erste. Auch eine Aktie, die man für 12,50 verkauft, kann sich, nachdem sie sich halbiert hat, noch mal halbieren und noch mal halbieren. Und ich glaube auch, der Aktienkurs von 5 Dollar ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Kennzahlen wie zum Beispiel auch ein hohes Short-Ratio, wie wir es bei GameStop sehen, sagt noch nichts darüber aus, dass die Aktie jetzt auch tatsächlich steigen muss. Müssen muss sie gar nichts. Ich bin daran nicht verzweifelt. Ich habe den Verlust längst verschmerzt, ich habe das Geld reinvestiert und ich kriege mittlerweile aus dem, was damals übrig geblieben ist, auch wieder meine schönen Dividenden. Aber es lohnt sich eben über pure Zahlen, über Screening-Listen hinaus zu denken. Und im Zweifelsfall, wenn man sich eben wie zum Beispiel bei GameStop nicht sicher ist, ob es denn jetzt ein Turnaround geben wird oder nicht, dann sage ich mir immer, wer einmal zu häufig Nein sagt, der passt besser auf sein Geld auf, als der, der einmal zu häufig Ja sagt. Also im Zweifelsfalle einfach liegen lassen und sich ein anderes von den 11.000 an den Aktienmärkten in den USA gehandelten Unternehmen aussuchen. Die Auswahl ist groß und sie wird im Augenblick sogar jeden Tag ein bisschen größer. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nils Gaiowi.